Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Resident Evil 2 Part 17. Oh, wieder lag. Das Spiel geht zu 100%, naja, warum das mit wo? An paar Stellen, ich weiß nicht. Es sind doch nur ein paar Parten. Ich glaube, zwei Jahre nach Resident Evil 1. So, 19... Frau, kommen wir wieder an. Nebierschlüssel. Dieser Schlüssel... Ja, mach los. Wieso nicht, ne? Wo? Hm. Hunde? Noch einer. Kopf ab. Ein Zombiehund. So. Ja. Bei Leon habe ich das vertauscht. Da dachte ich, ihn muss da. Das aber bei... Bei der... Dem Sekitario. Das waren... In der Parkgarage. Also als... Was steht da? Der Gulli-Deckel ist auf. Eine Leiter führt ihn ab. Gehen sie runter. Und da muss man halt zu dieser... Also bei... Bei den Atmos... Da muss man halt... Park... Also... Parkhaus. Parkgarage. Und... Bei der... Bei B... Da muss man... Okay. Mal bisschen Atmos... So, jetzt bin ich leise in der Sequenz. Die... Scherri... Ich habe mich überall für dich... Ich habe mich sehr verraten. Ich war so... Worte... Wir müssen jetzt gehen, okay? Wenn wir hier bleiben, der Monster wird uns finden. Wir gehen. Und... Ich werde... Nein, ich werde nicht... Ich werde... Ich werde... Was ist das? Ich werde... 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 Und... ... die hat dann Anhänger... Ups. Hm, Zombies, ja besser als die anderen. Besser als Wünnchen? Hattu! Ja, die Rechner hier. Na, wenn das Spaß macht. So, jetzt hier runter, da runter, runter. Und hier. Ah, genau, was ich euch noch sagen wollte. Hm. Ja, ich werde Resident Evil 6 let's playen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich hole mir nächsten Monat einen Videograbber. Falls jeder nicht weiß, was das heißt. Damit nehmen wir Let's Plays auf. Und da muss man erst, ähm... Also, das ist halt irgendwie so ein USB-Stick. Und da sind halt Kabel. Diese RV-Kabel. Rot... Was war da nochmal? Rot, Gelb und Weiß. Ja, genau. Und diese, diese drei RV-Kabel. Und um die muss man halt, ähm... Mit den RV-Kabel zusammen machen. Von der Playstation 3. Aha. Playstation 3, Wii, Gamecube, ähm... Xbox 360. Und halt andere Konsolen. Und da muss man das halt, ähm... Dann hat man da auch so eine CD. Die muss man auch im Computer als CD. Moment. Einen Hebel um Wasser ein- und ablaufen lassen. Wollte bewegen, ja. Ähm... Und da muss man das halt installieren. Auf diesen... Auf den Computer, bzw. den Laptop. Und da kann man halt mit Fraps... Revierschlüsse mitnehmen, ja. Da kann man halt mit Fraps oder anderen Programmen. Wie Neatron und die ganzen anderen. Ähm... Halt seine Let's Plays aufnehmen. Natürlich mit ZZ, ne. Ja... Also, ich werd mir den holen. Das hab ich auch nicht. Ja... Also, Zombien nachmachen ist nicht schwer. Aber die Bewegung ist nicht schwer. Oh, ich freu mich auf Resident Evil Retrovision. Aber ich habe etwas anderes für dich. Hier! Danke, Frau. Jetzt, warum kommst du hier? Ich möchte dich mit mir bleiben. Claire! I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry. I'll find another way. I can take care of myself. Wait. Sherry, come back. Sherry! 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 Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Yeah! Also... Sherry... ...geht jetzt... ...also... ...findet halt irgendwie einen anderen... ...weg... ...und... ...wir müssen... ...und Claire hat jetzt totale Sorgen... ...und ist ja auch natürlich... ...ne... ...wollen sich die Leute hochsteigen? Ja. Claire hat natürlich Sorgen... ...und jetzt müssen wir halt... ...dein. Hau ab, ey. Du auch. Hau ab! Hau ab! ... 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 Seheraum war ich auch nicht zu diesem... Ding da muss... Revierschlüsse benutzt. Ach Scheiße, ich muss ja doch da unten hin ab. Aber nicht zum Adopsierer. Ein Zombie! Nein, nein. Habe ich schon mal gelesen. So. Hier durch, yeah. Ich muss die Kurbel holen, genau. Die hätte ich fast vergessen, meine Güte. Habe ich noch Platz? Ah, ich war ein Item. Scheiße. Ab zum Parkhaus. Parkplatz, ab... Parkplatz, Parkhaus... Das ist ja das gleiche. Nein, beim Parkplatz ist das... Ach... Hunde... Ah, war klein. Nächster Hund. Kopf war... Headshot... Wobei das Blut ist fertig sein. So... Oh, ich bin nicht... Ist das hier oder? Scheiße, die sind hier unterwegs. Ah, da ist die Kurbel, schieße. Was ist denn jetzt los? Hallo? Moment, Leute. Ich bin gleich wieder da. So, Leute. Mimmi, der da wahrscheinlich lag. Ich bin gleich wieder da. Mann, ich bin gleich wieder da. Kurven mitnehmen, ja. So habe ich die nicht einfach abgeschossen, Mann? So. Ooooooh Bicke Bicke Warte Wosier Warte Wien Warte Ah, schade Schade Oh What? Hello Warte 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 Okay, das hebe ich noch auf. So, rote Kräuter abgehoben. So Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt bei Resident Evil 2 Part 17. Ja, tschüss.